hallo patricia also die cessation mit dir war wirklich wunderbar es ging mir danach wirklich viel besser war viel positiver eingestimmt ich konnte mir vorstellen dass ich alles erreichen kann es war echt ein hammer ganz ganz toll man ist so richtig gelöst man wird so richtig erklären viel viel freier richtig richtig toll gewesen war die ganze sache ja was soll ich sagen also ich kann es wirklich nur weiterempfehlen absolut man ist wirklich viel freier man kann sich alles vorstellen dass man einfach hingeht und macht das und nicht dass man sagt ach das kann ich nicht mehr man kann alles erreichen wenn man will und ich finde es ist richtig richtig super ich wünsche dir ja dass du das wirklich weiterhin machst weil da bist du dazu geboren bist du echt präzisioniert dafür das ist so toll gewesen also ich danke dir wirklich richtig richtig toll danke dass du das bei mir gemacht hast und ja mach weiter so mach weiter so unbedingt ich wünsche uns alles alles gute alles alles liebe und ich glaube wir sind auf dem richtigen weg danke dir patricia bis bald ciao